und willkommen zurück wir haben jetzt ein bisschen mit den steuerungen rumgefuscht und jetzt wollen wir uns natürlich unbedingt das leere zimmer angucken ja weil das leere zimmer so unsagbar stimmt das ist so ultra leere zimmer sind großartig da kann man so so viel mit machen so ist der bürner der bürner rupert ja aber die musik ist toll nach wie vor ja das einzige holz hier drin ist die rückwand des schranks drin also ich glaube dir habe ich euch nicht erzählt vom fußballfeld im badezimmer könntest du bitte aufhören ja danke alles immer nur noch schlimmer war doch nur spaß wann wirst du endlich erwachsen halt die klappe du tust du als wirst du der bist du aber nicht du hast mundgeruch ich mag es dass die balken da kein bisschen draufgeklatscht wirken siehst du da oben an den seiten ja okay da schien es so durch an den schwarzen balken ich bin ein mädchen ja ich nicht das kann man nicht ändern schade okay weiter was soll ich glaube nicht dass wir dahin müssen wir sollen doch lucy finden bevor die haushalte das tut ich dachte weil das kapitel das leere zimmer heißt dass wir in diesem leeren zimmer etwas tun müssen vielleicht müssen wir das zimmer ist ja nicht leer da ist ja ein schrank drin versteckt ein paar verstecke peter und suchen wie sollen wir das bitte machen du musst dich verstecken hinter vorher da da wo der deine fresse drauf ist was hier ja das ist ein tolles versteckt was ist das okay leerer gang leeres zimmer leere köpfe hier ist eine menge leer oder wie zurück 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 oder auch nicht okay nicht zurück gut war sowieso langweilig wo geht es denn jetzt weiter äh hier vielleicht hä are you skrpid päh hä what the ähm geht uns hier irgendwas das ist sehr seltsam das ist seltsam lalalalalalalala äh hä what jetzt geht's auf einmal okay hey lass mich doch mal gut dann hä pfff mach jetzt halt ich will ja dann geh weg okay so viel aufwand für eine doofe münze ja hi lucy tschö wir sehen uns wow jetzt hat uns angeknurrt da stehen sie uhr äh nee plupp äh manchmal geht's manchmal nicht das ist halt ein bisschen was von Shining wow rau 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 Ja, du hast jetzt die Tennisbälle. Hey, Peter. Kommst du mit? Ja, doch. Halt, warte, da sind noch Tennisbälle. Er weiß, wozu man die brauchen kann. Weil die, die man geworfen hat, kann man ja nicht mehr einsammeln. Ähm, bin ich raus? Nein, ich bin nicht raus. Dieser blonde Jüngling guckt irgendwie doof. Wow, hey. So, und jetzt? Ich soll Tennisbälle um Gitter, auf Gitter werfen. Ja, gibt's hier noch mehr Gitter? Da war noch eins. Okay, geht's hier weiter? Scheint so. Warum ist Lucy jetzt eigentlich mit uns unterwegs? Und ich kann nicht, hä? Ja. Ja, die haben wir ja zu überreden, um die zu kommen. Ah, verstehe. Weil wir so nett zu ihr sind und sie uns lieb hat. Aber wohin wir jetzt sollen, wissen wir auch nicht. Nö. Aber ich kann auch ein Tennisball werfen. Das ist... Puuuuh. Ich hab auch Lucy geworfen. Oh, Kind, lauf. Wieder zurück, ja? Aha. Da musste ich jetzt irgendwie dranhängen. Entschuldigung. Sag das noch. Nicht den Professor. Oh. Ihr seid kurz davor, die Nacht im Stall zu verbringen. Im Stall. Aha. Hä? Ah, jetzt sind wir jetzt im Checkpoint. Hier war ein Checkpoint. Ja. Wir haben verloren. Okay. Der große, böse Troll hat uns besiegt. Das fand ich so ganz offensichtlich. Nein. Dass man da jetzt verliert. Wir gehen nicht rechts rauf. Ah. Ah. Oh nein. Da, das Gitter da unten. Ja doch. Ich arbeite dran. Sehr gut. Ah. So, und jetzt? Boah. Da kann man was kaputt machen. Dann machen wir das doch. Lucy. Haha, ich war schneller. Ja, ich bin jetzt die andere. Ja. Jetzt nicht mehr. Wo bin ich? Da bin ich. Hallo. Du hast die Tür aufgemacht. Warum hat dieses Haus solche Sachen? Weil es ist krank. Was zum? Hier sind schon wieder doofen Fledermäuse. Ja, dann tu doch was dagegen. Ja, was denn? Da ist das Gitter. Das musst du abwerfen. Da oben links. Äh. Du kannst hier Fledermäuse auch ruhig mal boxen. Die Steuerung geht hin und die Kamera ist etwas unversöhnlich. Man kann hier alles hauen und dafür kriegt man gewünscht. Ja. Ich glaube, hier muss wieder Lucy ran. Man muss übrigens gar nicht an die Figur rangehen. Man kann egal von wo das machen. Okay. Wir stecken. Oh mein Gott, wir haben nur noch 45 Sekunden. Bis dahin ist die Duhalme und das ganze Haus gerannt. Ich weiß auch gar nicht so recht, wo wir uns verstecken sollten. Äh. Äh. Ich auch nicht. Gehe rein, um dich zu verstecken. Wir müssen wieder rein. Ach so. Komm schon. Okay. Au. Äh. Da. Da musst du rein. Da muss ich rein? Ja. Okay. Da muss Lucy rein. Lucy. 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 Du musst da rein. Versteck du dich um die. Du steuerst Lucy. Ach so. Das muss einem doch einer sagen. Die Eins über deiner Figur verrät das, weißt du? Ach, da habe ich doch nicht drauf geachtet. Das ist ganz sicher. Ja, ich bin mir auch ganz sicher. So. Und weiter im Text. Ich bin Peter. Peter, Peter, Pumpkin, Ida. Okay, jetzt bin ich da die große. Sollen wir tauschen? Ja. Boah, schlag doch. Es ist nur eine verdammte Fledermaus. Huch. Admin. Hallo. Was? Wann wirst du endlich erwarten? Das ist dein Name. Hlecker da raus. Wir müssen zurück in unsere Zimmer. Das hat ihn jetzt sicherlich überzeugt, nicht mehr sauer auf euch zu sein. Ja. Weil eigentlich, Admin. Echt jetzt mal. Okay, los jetzt. Was? Hallo? Ich bin auch immer doof im Regen rum, wenn ich beleidigt bin. Ja. Hättest du dich in den Rutsen? Ich bin Admin. Aha, dann kletter mal. Boah, ein bisschen schneller, bitte. Wo ist der? Wo ist der hin? Drin. Wo sind diese Kinder bloß hin? Draußen. Oh nein, versteckt euch. Die Van Rie. Schauen wir da. Sie grinst so lustig dabei. Okay, rein da. Okay, jetzt haben wir mehr als reichlich Zeit. Es ist so realistisch, dass hier überall so ein Zeug rumsteht. Ja. Okay, da müssen wir nicht rein. Suche ein Versteck, wir suchen. Ja. Oh, wir müssen, glaube ich, zum Zimmer zurück. So war das, glaube ich, storytechnisch. Zum leeren Zimmer. Ja, wo ist das denn? Fuck. Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das Zimmer ist. Ja, komm halt. Ich kann nicht, die Kinder sind im Weg. Also, die anderen Kinder. Was zum... Wo kommst du her, Batman? Okay, hier soll sich keiner verstecken. Hier ist zu. Toll. Also, erst mal da lang. Irgendwie. Ja, da musst du mitkommen. Ich versuch's, ja. Und jetzt? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall nicht hier links runter. Und auch nicht nach da oben. Okay, dann wieder zurück. Alles klar. Hier lang? Oh, diese Hektik. Da rein? Nein. Da geht's nicht rein. Oh, Kinder, es geht aus dem Weg. Du blöde Ritterrüstung. Du bist an allem schuld. Ja, äh... Aber wir müssen hier ja irgendwo lang. Hier runter? Bist du da vorhin runter? Äh, ja, aber du bist hier rauf, oder? Ja, jetzt ist die Frage, wessen schuld war's. Nein, die stehen da unten. Okay. Äh, wie sollen wir bitte den Professor nicht stören, wenn er da mitten im Raum auf der Treppe rumsteht? Ja. Wir dürfen einfach nicht existieren. Dash. Macready. Was heißt noch mal Mittwocher französisch? Macready. Macready. Ja, ja, Frau Mittwoch. Aber die heißt ja Macready. 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 Wir sind im Schnellenbiss. Und da rein. Und hier ist der Schrank. Yay, wir haben's geschafft. Komm, jetzt die Trolle und die Schwerter und so. Nein. Wow, Auge. Genau, geht mal weiter nach hinten durch, ey. Wenn ihr schreit, hören ihr euch nicht. Ja. Die Videoqualität ist auch nicht so gut. Also nicht nur akustisch, sondern auch visuell. Wir haben ein Level geschafft. Yay, und wir haben ganze drei Schilde gefunden. Von 16. Wir sind ausgezeichnet. Ja, also, schauen wir mal. Wir haben keine Münzen ausgegeben. Na, da krieg ich jedes Mal einen Schreck von. Einen Schleck von. Verdammt. Na, wir sind ordentlich. Ja, boah, boah. Ja, ja, ja. Aha. Haha.